Hallo meine Lieben, herzlich willkommen bei den Kindern Marins. Mein Name ist Christian und ich habe heute wieder neue himmlische Botschaften für euch. Unsere liebe Frau, die Königin des Friedens an Petro Regis, am 26.09.2024 Liebe Kinder, liebt die Wahrheit und ihr werdet reich an den Gnaden des Herrn sein. Nur durch die Wahrheit wird die Menschheit die wahre Befreiung finden. Mein Sohn Jesus ist der Weg zum vollkommenen Glück. Sucht nicht nach Abkürzungen. Wendet euch von der Welt ab und lebt den Dingen des Himmels zugewandt. Lebt nicht in der Sünde, sondern strebt danach, in allen Dingen wie mein Sohn Jesus zu sein. Seid sanftmütig und von Herzen demütig. Ihr geht auf eine schmerzhafte Zukunft mit großer geistiger Finsternis zu. Nur wenige werden die Männer und Frauen sein, die für die Wahrheit einstehen werden. Und viele werden als blinde Männer und Frauen gehen, um andere blinde Männer und Frauen zu führen. Gebt mir eure Hände und ich werde euch zu meinem Sohn Jesus führen. Und unsere liebe Frau am 28. September 2024 Liebe Kinder, mein Jesus liebt euch. Weicht nicht zurück. Seine Liebe wird euer Leben verwandeln und ihr werdet reich an seiner Gnade sein. Öffnet eure Herzen und nehmt sein Evangelium an. Ich bin vom Himmel gekommen, um euch in den Himmel zu führen. Hört auf mich. Ihr habt die Freiheit, aber erlaubt eurer Freiheit nicht, euch in die Knechtschaft der Sünde zu führen. Ihr gehört dem Herrn und ihm allein müsst ihr folgen und dienen. Ich kenne jeden von euch mit Namen und ich bitte euch, Männer und Frauen des Gebets zu sein. Die Menschheit ist krank und muss geheilt werden. Tut Buße. Geht den Weg der Heiligkeit, den ich euch aufgezeigt habe. Denn nur so könnt ihr zum endgültigen Triumph meines unbefleckten Herzens beitragen. Nur Mut. Sollte es euch passieren, dass ihr fallt, werdet ihr im Sakrament der Beichte Kraft finden und euren endgültigen Sieg in der Eucharistie. Ihr werdet noch lange Jahre harter Prüfungen vor euch haben. Aber nach all dem Schmerz wird die Menschheit Frieden finden. Dies wird die Zeit des endgültigen Triumphes meines unbefleckten Herzens sein. Geht ohne Angst voran. Und unsere Königin des Friedens an Petro Reges zum 37. Jahrestag der Erscheinungen am 29.09.2024 Liebe Kinder, ich liebe euch und deshalb komme ich vom Himmel, um euch meine Liebe zu schenken und euch zu meinem Sohn Jesus zu führen. Danke, dass ihr gekommen seid. Mein Jesus hat mich gesandt, um euch zu einer aufrichtigen Bekehrung aufzurufen und euch zu sagen, dass dies der richtige Zeitpunkt für eure Rückkehr ist. Verschränkt nicht eure Arme, hört auf mich und ihr werdet schon hier auf der Erde und später bei mir im Himmel glücklich sein. Ich kenne eure Bedürfnisse und ich werde für euch zu meinem Jesus beten. Nur Mut, werft die Schätze des Herrn nicht weg, geht voran, wenn alles verloren scheint, wird der Sieg Gottes zu euch kommen. Seid von Hoffnung erfüllt. Die Menschheit ist krank, aber meine Ergebnen werden beschützt. Dies ist die Botschaft, die ich euch heute im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit übermittle. Ich danke euch, dass ihr mir erlaubt habt, euch wieder einmal hier zu versammeln. Ich segne euch. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt in Frieden. Liebe Kinder, aus Liebe zu euch hat Gott mich unter euch gesandt, um euch zu lieben und zum Gebet und zur Bekehrung für den Frieden in euch und in euren Familien und in der Welt zu ermutigen. Meine lieben Kinder, vergesst nicht, dass der wahre Friede nur durch das Gebet kommt, von Gott, der euer Friede ist. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. In Klammern mit kirchlicher Erlaubnis. Meine Kinder, ich sage meinen Kindern, dass die Zeit nicht still steht, sie geht weiter. Es gibt eine Zeit und eine Reihenfolge, in der euer Leben auf dieser Erde geschaffen wurde. Eure Zeit ist ein Schatz, den es zu schätzen gilt, damit eure Seele im Himmelreich Frieden finden kann. Was für euer Leben vorgesehen ist, wird zu der Zeit und in der Reihenfolge geschehen, die mein Vater bestimmt hat. Meine Kinder, es ist Zeit, sich den Plänen hinzugeben, die mein Vater im Himmel für euch hat. Wenn ihr betet, spricht diese Worte. Jesus, ich übergebe dir alle Pläne für mein Leben, die der Vater im Himmel für mich hat. Denkt daran, meine Kinder, ihr müsst einen Glauben haben, der so groß ist wie ein Senfkorn. Und wenn euch auch nur diese kleine Menge fehlt, habt ihr keinen Glauben, keine Hoffnung, kein Vertrauen in meine Liebe zu euch. Seid demütig in eurer Weisheit, denn Stolz hat keinen Platz in meinem Reich. Geht hinaus und lebt. Lebt die Botschaft des Evangeliums. Kommt und lebt in meinem Licht. Verbringt eure Zeit nicht damit, zu schauen, was das Böse tut, sondern lasst mein Licht durch euch scheinen, damit andere zu mir hingezogen werden. Denn ich bin Jesus, das Licht der Welt. Meine Kinder, seid in Frieden und wisst, dass auch wenn das Böse jeden Winkel der Erde zu umhüllen scheint, der Sieg kommt, der Triumph kommt. Denn euer Lösegeld ist bezahlt worden. Geht nun hinaus, denn ich bin Jesus. Und seid in Frieden, denn meine Barmherzigkeit und Gerechtigkeit werden siegen. Ihr Lieben, heute möchte ich etwas Grundsätzliches zum Thema Prophezeiungen und Botschaften sagen, weil es in letzter Zeit immer wieder Angriffe von Nicht-Katholiken gegeben hat. Prophetie ist etwas sehr Biblisches. Und gerade im Alten Testament finden wir sehr viel Prophetie. Wie zum Beispiel von den Propheten Jeremia, Elia oder auch Mose. Kaum jemand würde doch sagen, dass diese Teilige der Heiligen Schrift Lügen sind. Wir finden in der Heiligen Schrift eine Stelle, die sehr genau etwas über die Prophetie sagt. Im ersten Brief an die Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 20-21 steht, Verachtet prophetische Reden nicht. Prüft alles und behaltet das Gute. Papst Urban VIII. hat gesagt, Es ist besser, die Privatoffenbarungen zu glauben, als sie abzulehnen. Denn wenn sie echt sind, wirst du dich überglücklich schätzen, weil du an sie glaubtest, als unsere heilige Mutter es so verlangte. Und wenn es sich herausstellt, dass sie falsch waren, bekommst du all die Segnungen, als ob sie echt gewesen wären. Himmlische Botschaften werden auch nicht über die Lehre der Kirche gestellt. Sie sollen uns einfach auf zukünftige Ereignisse vorbereiten und uns im Glauben stärken. Ja, der Inhalt der Botschaften ist wie bei den Erscheinungen von Fatima, Akita usw. im Wesentlichen oft derselbe. Die Kernbotschaft des Himmels war immer schon Es geht um die Bekehrung der Seelen. Und die Botschaften des Himmels müssen in der Welt verbreitet werden. Und nein, es ist keine Panikmache. Und es ist auch keine Angstmacherei. Es sind einfach nur Botschaften vom Himmel für uns Menschen. Und wir sollten dem Himmel dankbar sein, dass er uns Menschen noch nicht völlig aufgegeben hat, dass er immer weiter zu uns spricht, weil sonst würden noch viel mehr Menschen verloren gehen. Und unsere geliebte Mutter Gottes weint. Sie weint so viele Tränen. Und die Ursache ihrer Traurigkeit ist, wie wir Menschen leben, wie wir jeden Tag gegen die Gebote Gottes verstoßen und wie durch unser Lebensstil so viele Seelen auf ewig verloren gehen. Und ich bin davon überzeugt, dass der Himmel auch nicht müde werden wird, weiter zu uns Menschen zu sprechen und uns zur Bekehrung aufzurufen. Wir müssen zu Gott zurückkehren und unseren Blick wieder Gott und dem Himmel zu wenden. Amen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch Gottes Segen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Gelobt sei Jesus Christus, Maria und der heilige Josef in Ewigkeit. Amen. 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 Vielen Dank.